Endlich erfolgreich im Fitnessstudio und das bei minimalem Zeitaufwand. Das verspricht das Franchise-System Fitbox mit einem völlig neuartigen Trainingskonzept. Dank der elektrischen Muskelstimulation, kurz EMS genannt, können in kürzester Zeit überzeugende Ergebnisse erzielt werden. Trainiert wird immer mit Termin und immer mit Personal Trainer. Fitbox hat das klassische EMS-Training durch den sogenannten Dreieckansatz verfeinert. So erhalten die Mitglieder eine einzigartige Kombination aus Ernährungsberatung, Cardio-EMS-Training und Kraft-EMS-Training. Alles aus einer Hand. Dank der hohen Kundennachfrage expandiert das Unternehmen und sucht Quereinsteiger oder Fitnessfans, die eine eigene Fitbox eröffnen möchten. Das System unterstützt mit umfangreichen Supportleistungen und im Markt einzigartigen Marketing-Tools. Mit einem Klick erfahren Sie mehr.